So, und willkommen zurück zu meinem Let's Play. Endlich mal im Vollbildmodus. Ich habe es geschafft, F11 zu drücken. So, man kann es ja kaum glauben. So, ich war hier im Haus stehen geblieben, das ich jetzt allerdings noch mal ein bisschen verändern möchte. Oder, was heißt ein bisschen verändern, sondern einfach ein bisschen verschönern und so. Aber ich fange jetzt erstmal hiermit an. So, weil mich das eh schon die ganze Zeit immer aufgeregt hat. Ich komme jetzt hier mal da eine Stufe hin und hier. Und hier können wir auch noch Steps hinlegen. Schön. Okay, und dann brauche ich Zaunen. Und zwar mehr als 20. Und schon mal so. Machen wir mal alles, egal. So. So. Troll. Äh, ich mache mir auch gerade Leitern. Hä? Wie ging noch mein Zaun? Moment. Scheiße. So. 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 So ungefähr. Weil, dann brauche ich nochmal, brauche ich nochmal ein Koppel ein bisschen. Hier könnte ich nochmal ein bisschen. So. Hier könnte ich noch ein bisschen. Hier könnte ich noch ein bisschen. Naja, lass mal. Lass das jetzt mal so. So. Und dann... oh! Neee! Äxtchen hier! Was ist denn das letzte Step da drauf gekommen? Blöde Leiter. Wieso kann ich da nichts draufsetzen? Sehr, sehr seltsam alles. So. Damit ich da nicht aus Versehen mal runterfalle. Ich kenn mich ja. Mach ich mir hier gleich mal ein Zäunchen noch hin. So. So. Muss ich das hier anschließen? Ja, soll ich da großartig noch hinbauen. Kriege ich die noch? Ja. Gut. Also, Aufgabe, die ich mir heute mal stelle, ist, dass ich hier generell alles ein bisschen verschöner. Das Haus mal einrichte, ein Bett baue und sowas. Alles. Nicht runterfalle. Das ist auch noch ein großes Ziel, was ich heute noch verfolgen möchte. So. Dann brauchen wir hier nochmal ein bisschen Licht. Hier und da. So. Genau. Was weiß ich. Hier so. Genau. Die können wir weg. Jetzt hab ich kein helles Holz dabei. Wobei, ich hab mich jetzt doch dazu entschlossen, dass ich hier noch ein Fenster reinbaue. Und das dafür dann hier zu mache. Hierzu. Weil hier haben wir einfach eine schönere Aussicht. Können wir noch ein bisschen die Mobfalle angucken und so. Bietet sich eher an, als wenn man da hin nichts schaut, sag ich mal. Ähm. Ja. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Da könnte ich vielleicht noch einen Slap hinlegen. Ja. Ach. Egal. Wie? Ich wollte das jetzt alles noch ein bisschen verschönern. Jetzt nur die Frage, wo fang ich an? Ach, ich wollte... Oh, ich bin so verplant, ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Bevor mir jetzt auch noch die Axt kaputt geht, mach ich mir auch gleich mal noch eine neue. Hm, 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 hm. So. Ich nehme jetzt erstmal mit, das ist egal. So, plala. Weil das hier ist mir zu massiv und das gefällt mir so nicht. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Ich mach nämlich jetzt auch einfach einen Zaun hin. So, da kann man... Moment, naja, ich weiß noch nicht. So, jetzt den Block noch freilassen. Scheiß drauf, nochmal hierzu. So, dann haben wir hier so ein kleines Terresschen. Dann können wir hier auch nicht runterfallen. Das ist auch ganz okay. Okay. Und dann kann ich hier nämlich auch nochmal ein Fäckerchen draufsetzen. Das ist uns hier nicht spawnd. Genau. Gut. Und dann mal ab dafür. Dann craften wir mal ein bisschen. So, so. Dafür brauchen wir jetzt mal ein bisschen Holz noch. Das erste, was wir uns machen, sind mal so. Zwei Druckplatten. Und dann noch zwei Türchen. So. Damit wir hier endlich mal ein Häuschen haben. Kaum vorstellen. So. Und die Druckplatten kommen dann... Ups. Hier und hier hin. Oh, schön. So. Hätten wir das schon mal, dann hole ich mir gleich mal Strings. Da könnte ich ja hier auch mal Druckplatten hinmachen. Obwohl, ne, wenn dann da ein Creeper davorsteht oder so. Ne, lassen wir das mal. So. So. Kein Risiko eingehen. So. Hier liegt auch schon mal eine Menge. Das könnte ich ja auch mal ausbauen. Das kommt rein. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Die. 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 War das jetzt eigentlich das einzige Holz, das wir noch hatten? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. So. Ein Bett! Wuhu! Schau gleich mal hier. Ach nee, wir haben hier doch ein ganzes Deck. Ja, gut. Hm. Na egal. Machen wir jetzt erstmal das Bettchen dahin. Und dann überlege ich mir, wie ich das weitermache. Hm, dann legen wir das dann hin. Ich würde sagen mittig. Genau. Vielleicht noch eine Fackel drüber. Ups. Dass uns nichts aus dem Schlaf reißt irgendwann mal. So, wie viel brauche ich denn jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier. Vier. Hm, hm, hm. Also noch drei quasi. Ah ja. Eins. Ups. Das sind drei Kisten. Ja. Das sind vier. Und dann können wir nämlich hier mal ein bisschen watnen, würde ich sagen. Oh, so, ganz schön finster hier auch dran. Was müssen wir so machen? Toll. Na egal. So, wo sie mitbrischen muss das in wo auch wieder nicht sein. Habt ihr ne Kiste da? Ne Kiste? Hier ne Kiste. Dann tue dort ne Kiste hin. Und dann craften wir uns auch ein bisschen Schilder. Jetzt hab ich noch Stegis. Vier. Ja, das sollte ganz genau reichen. So. Vier Schilderchen. Genau. Dann, die können wir eigentlich auch schon mitnehmen. Und den da auch. Splatter. So, wo tun wir denn was rein? Dann machen wir mal hier Tours rein. Dann machen wir hier mal Verschiedenes Zeug, das ich sonst nicht einordnen kann. Da Holz. Und hier Kobbel. Den müssen wir übrigens auch noch farm. Ups. Na. So, jetzt. Aber jetzt mach ich erstmal so viel, wie ich machen kann. Und danach farm ich Kobbel, würde ich sagen. So. Ja, Öfchen. Kann man da vielleicht hoch. Können wir hier. Workbench. Workbench. Da. Und den Ofen. Dann machen wir mal noch zwei. Ofen kann man eigentlich nicht genug haben. So. Und damit es ein bisschen abwechslungsreicher ausschaut, brauche ich jetzt hier einen drücken. So, und den anderen wieder so rein. Und dann noch mal ein bisschen, okay. So, dann kann man ja auch mal, ab, 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 ab. Und hier wieder, ab. So, auf.